Willkommen zurück zu einem neuen Video und zwar machen wir heute eine kleine Desktour von meinem Arbeitsplatz im Labor. Der Raum hier in dem wir sind ist eher ein inoffizielles Praktikantenbüro, das ist nämlich tatsächlich ein ehemaliges Labor, das bald renoviert werden soll, weil unser Institut gerade sozusagen Flügel nach Flügel renoviert wird und hier in diesem Flügel haben die Renovierungen halt noch nicht begonnen und deswegen können wir hier sitzen, also deswegen sieht ja alles so ein bisschen baufällig aus, mehr oder weniger, aber ich finde es eigentlich super praktisch, weil wir Praktikanten sozusagen alle zusammen sitzen hier und auch zusammen im Raum sitzen und das klingt vielleicht ein bisschen stressig, aber eigentlich ist es super schön, weil wir auch manchmal zusammen Kaffee trinken gehen und quatschen und so weiter, also ich fühle mich hier sehr sehr wohl. Ich habe mir diesen Stuhl hier tatsächlich sehr hart erkämpft, fangen wir mal damit an, denn es ist gar nicht mal so einfach, einen Stuhl hier zu finden. Wir haben hier sehr viele Stühle, aber die sind alle besetzt sozusagen und das hier ist deutlich gemütlicher. Dann fangen wir mal an mit meinem Arbeitsplatz. Ich bin sehr nah dran an der nächsten Person. Hier ist sozusagen die Grenze, die wurde überschritten offensichtlich, allerdings werden demnächst sehr viele Praktikanten gehen und das bedeutet, dass wir uns jetzt langsam aber sicher wieder ein bisschen weiter ausbreiten können, weil die Masterstudierenden, die hier eben Masterarbeit machen, sind natürlich länger da als so ein durchschnittlicher Praktikant und dann kann ich mich ein bisschen ausbreiten. Wir haben hier oben eigentlich nichts großartig spannendes. Ich bin immer so ein bisschen diejenige, die frische Masken holt, deswegen steht das hier an meinem Platz. Das hier hat mir meine Betreuerin hinterlassen. Das ist so eine kleine Notiz, als ich ihr eine Formel erklärt habe für eine Auswertung und daraus haben wir eben das kleine hier gemacht. Und hier ist noch eine extra Laborkitte, den ich langsam eigentlich mal zurück in den allgemeinen Schrank legen sollte. Ist aber einfach bisher zu farbbar zu tun. Und das hier, das hier ist die Rebowl Box unserer Mensa. Man kann nämlich damit in die Mensa gehen und kann dann sozusagen diese Schüssel einfach immer und immer wieder verwenden. Und wenn wir gemeinsam Mittagessen gehen, gehen wir ganz oft zur Mensa, holen uns dann essen, bringen es aber hierher zurück, weil wir hier schön im Garten loungen können. Und es macht natürlich mehr Spaß, als in der Mensa zu sitzen. Und dann kommen wir hier zu meiner wunderschönen Arbeitsfläche. Was jetzt ein bisschen unrealistisch ist oder nicht ganz so wie immer, ist tatsächlich, dass mein Laptop nicht da ist. Ich filme das nämlich natürlich an einem Samstag, damit ich hier niemanden störe. Und dadurch ist mein Laptop jetzt zu Hause, weil ich den einfach mitgenommen habe, weil ich an was arbeiten muss. Und deswegen liegt der nicht hier. Normalerweise wäre mein Laptop und eine Maus hier. Aber ihr seht mein wunderschönen Bildschirm. Der ist von der Firma Dell. Weiß sonst nichts über diesen Bildschirm. Das ist das, was mir ausgeteilt wurde vom Institut. Und ja, was hier auf diesem Schreibtisch auf jeden Fall am allerwichtigsten ist, ist die Kaffeetasse. Ich habe einfach meine eigene Kaffeetasse mitgebracht ins Institut, weil man weiß ja nie, ob eine sozusagen über ist oder nicht. Und deswegen habe ich hier meine eigene dabei. Und hier hinten habe ich so ein Stack an Notizbüchern, die wir gerne mal durchgeben können. Das hier ist das Laborbuch unserer PraktikantInnen. Das heißt, das ist sozusagen das Laborbuch, das unsere Praktikanten bekommen, damit sie ihre Protokolle, ihre Sachen da reinschreiben. Und damit wir immer Bescheid wissen, was sie gemacht haben, liegt das bei mir. Das hier ist eine Doktorarbeit. Und da stehen einfach ein paar Sachen drin, die ich für mein Projekt brauche und wo ich ein bisschen mehr lernen kann. Und deswegen liegt das hier auf meinem Platz, weil ich die gerade lese. Dann haben wir natürlich Esthers Lebensinselplaner. Der liegt hier immer auf dem Schreibtisch. Zurzeit benutze ich ihn tatsächlich nicht, weil er einfach im Laboralltag nicht passt. Aber ich finde, es ist trotzdem einer der besten Studentenplaner, die man so haben kann. In meinen Lernphasen und meinen Schreibphasen benutze ich den immer. Deswegen habe ich ihn einfach hier da liegen, falls ich ihn einfach benutzen möchte. Hier sind Unterlagen vom Institut. Unter anderem, glaube ich, eine Kopie von meinem Vertrag und solche anderen Verwaltungsthemen. Das habe ich hier alles aufbewahrt, mehr oder weniger. Und hier sind ausgedruckte Protokolle, die zum Teil veraltet sind, zum Teil aber nicht veraltet. Und deswegen behalte ich sie einfach nochmal, um sicher zu sein, damit ich eine Kopie da habe. Ja, und das hier sind andere ausgedruckte Protokolle, die wir immer wieder verwenden. Und deswegen liegen sie hier. Vielleicht sollte ich mir mal so ein Aktenordner-Ding holen, damit ich die alle schön wegfeiern kann. Und das hier ist offiziell mein Laborbuch. Allerdings habe ich mehr oder weniger ein inoffizielles Laborbuch und ich denke, die werden eher hier im Lab bleiben. Aber das liegt hier immer so rum an der Seite. Dann schieben wir das hier mal zurück in die Akte. Dann haben wir hier mein inoffizielles Laborbuch und das ist Pride in Soul wirklich. Also das ist, ich kann gar nicht beschreiben, wie wichtig es ist, so ein Notizbuch zu haben. Entweder ihr nehmt einfach das normale Laborbuch oder ein anderes. Ich verwende gerne diese hier, weil sie hier vorne ein extra Inhaltsverzeichnis drin haben und ich dadurch dann markieren kann, wo wichtige Protokolle drin sind, wo Mikroskopanweisungen drin sind und so weiter. Unser Kameramann hat sich umgesetzt, weil ihm die Hände langsam gezittert haben. Ich hoffe, das habt ihr nicht zu sehr mitbekommen. Ja, auf jeden Fall ist das hier das Notizbuch, das ich einfach tagtäglich mit mir rumtrage und Notizen über alles mögliche mache. Also das heißt, wenn ich To-Do-Listen notiere, wenn ich generell neue Versuche aufstelle, dann schreibe ich alles hier rein und auch wenn irgendwas schief läuft, schreibe ich das hier rein, damit ich dann im Nachhinein nachvollziehen kann, ob das, ja, ob irgendwas schief gegangen ist, ob alles gut war oder nicht. Gerade liegt hier auch meine Sonnenbrille. Meistens liegt die immer da einfach, wenn ich ankomme und sie dann ausziehe. Und hier liegt auch ein kleines vierblättriges Kleeblatt. Das von, ja, einer Mitstudierenden hier in der Kommilitonin von mir hat sie mir gegeben, weil ich noch nie ein vierblättriges Kleeblatt in echt gesehen hatte und dann hat sie extra ein paar Tage darauf geachtet und eins für mich gesucht und gefunden und das liegt jetzt hier, weil ich finde es einfach cute. Dann wechseln wir hier mal die Seite. Hier liegt mein Schlüssel, eigentlich nichts zu spannendes. Ich habe hier auch den Institutschlüssel meistens dran. Ich kann ihn aber sehr schnell abmachen, damit ich dann ja den zum Beispiel an die Hose machen kann. Hier sind natürlich die Verbindungskabel an den Bildschirm. Hier habe ich einfach nur so ein ganz normales Notizpad-Ding, falls ich irgendwen meinen Schließ schreiben möchte. Außerdem machen wir super gerne Kanban-Boards sozusagen an der Wand oder an einem Plakat und dafür verwende ich die, weil man dann farblich markieren kann, wer was machen soll auf dem Kanban-Board. Da kommt der Organisationsfreak in mir ein bisschen raus. Just a tidbit. Ganz mir getreu hängt mein Handy gerade am Strom und lädt auf. Hier, ja, das habe ich immer in meiner Schublade liegen. Hier ist mein fantastisches Mäppchen, das ich bis heute super liebe. Ihr kennt es ja wahrscheinlich oder zumindest die, die mich länger verfolgen, die wissen ganz genau, wovon ich spreche. Und ja, gerade habe ich hier auch ein bisschen Snacks von meiner Betreuerin. Sie war nämlich in Italien und hat uns, also quasi den PraktikantInnen, Snacks mitgebracht. Und dann nehme ich das mit zum Kaffee, wenn wir Kaffee trinken gehen. Und dann kann sich jeder ein Trüffelchen nehmen. Das ist all das, was hier oben drauf liegt. Aber natürlich habe ich hier ein Schubladenelement. Und das ist gefüllt mit Shit. Machen wir hier die erste Schublade auf. Es gibt ein paar Sachen. Zum einen einen kleinen Notizblock. Und den habe ich, weil der hier kleben kann. Das heißt, ich kann das dann bei anderen irgendwo reinkleben, falls ich das mal muss. Ich habe hier super viele Gummibänder. Das hat uns die Sekretärin unserer Abteilung hat mir mal super viele von diesen gegeben und von diesen Papierbriefklammern. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Und das habe ich jetzt einfach alles hier so rumliegen. Ich habe noch einen Kleber und hier noch ein kleines Kabel. Ein Random Kabel. Das hier ist eine der wichtigsten Dinge in meiner Schublade, denn das ist das Kleingeld, was bei uns in die Kaffeemaschine kam. Unser Kaffee wurde gerade von 40 auf 60 Cent erhöht. I know. Wir können vorne an der Pforte eben unser Geld für 20 Cent Stückchen wechseln, damit man einfach immer genau das Geld hat und passend bezahlen kann. Das ist also eine der wichtigsten Dinge hier in dieser Schublade. Ich habe dann hier noch so einen ganz kleinen Block mit so ganz kleinen Mini-Post-Its, Lippenbalsam und natürlich Haargummis, falls ich was vergesse. Wir dürfen nämlich natürlich nicht mit offenen Haaren ins Labor. Und dann ist es immer ganz wichtig, extra Haargummis dabei zu bekommen. Dann haben wir Schublade Nummer zwei. Schublade Nummer zwei ist schon ein bisschen voller. Und Schublade Nummer zwei ist mehr so meine Elektronikschublade. Das heißt, hier habe ich tatsächlich auch eine Vlog-Kamera drin liegen, inklusive extra Batterien, falls es mich spontan überkommt und ich vloggen möchte. Allerdings habe ich zum Beispiel auch die Festplatte, wo viele meiner Daten drauf sind. Das ist alles hier drin. Also ein paar extra Kopfhörer. Ich habe hier eine Tastatur, falls ich an der arbeiten möchte an meinem Arbeitsplatz. Ein paar extra Kabel. Noch ein paar Festplatten hier hinten. Just for fun. Und ich habe hier auch Tee, falls ich irgendwann einfach Lust habe, Tee zu trinken statt zu Kaffee. Die ist alles hier drin. Und natürlich eine Handcreme. Normalerweise ist es hier auch voll bedeckt mit ganz vielen Tempos. Aber die muss ich auch füllen. Ich habe hier auch Augentropfen wegen meinen gelaserten Augen. Da kriege ich manchmal schon ein bisschen eher trockene Augen. Und dann habe ich das alles hier drin. Das hier ist also gut gefüllt, wie ihr sehen könnt. Meine allerliebste Schublade ist allerdings diese hier. Denn das ist die Snack-Schublade. Hier liegt auch mein iPad drin. Das lasse ich meistens hier auf der Arbeit liegen. Dann habe ich nämlich immer was zum Ansehen, Schreiben und so weiter. Ich druge ja inzwischen eigentlich fast gar nichts mehr aus und arbeite immer am iPad. Aber der Rest dieser Schublade sind Snacks. Dieses Video ist nicht gesponsert von Koro. Ich finde tatsächlich deren Sachen einfach super. Was ich hier drin habe, sind Aprikosen in Zartbitterschokolade. Ich finde, das ist einfach ein super Mini-Snack. Ich habe aber auch super viele von diesen Protein-Bällen im Brownie-Geschmack. Auch einfach ein kleiner Snack. Und die kamen irgendwie nicht in der eigenen Verpackung, sondern sie kamen alle lose in dem Paket an. Und deswegen liegen die hier so lose drin. Dann habe ich auch noch Bio-Maisbällchen in weißer Schokolade mit Kokos. Die schmecken so ein bisschen wie Raphaelo, nur halt ohne diesen Kern mit dem weißen Schoki mit drin. Und das hat mir tatsächlich ein Kollege gegeben, weil der die Koro Box abonniert hat. Und er keinen Kokos mag und hat es mir geschenkt. Also vielen Dank. Ich weiß, dass er manchmal meine Videos guckt. Also würde er sich freuen. Hier ist noch ein extra Notizbuch drin, falls ich es mal brauche. Von FarmUni, mit denen ich wahrscheinlich irgendwann mal zusammenarbeiten werde. Und hier hinten ist noch eine ganz klassische Box voller Proteinriegel. Falls es mich also mal mit größerem Hunger überkommt, kann ich die Proteinriegel essen. Aber ich habe dann hier quasi alles abgedeckt von ganz kleinem Snack, weil gerade irgendwie mein Nacken knurrt. Aber wenn wir gleich zum Mittagessen gehen, bis hin zu richtiger Nachmittags-Snack, falls ich mal länger bleiben muss. Und dann haben wir noch eine Schublade. Und die ist nicht so spannend. Zum einen ist hier eine Plastiktüte, falls ich es mal brauchen sollte. I don't know why. Die ist einfach bei mir gelandet. Ich habe hier dann noch einen Jutebeutel. Falls ich einen Jutebeutel irgendwann mal zwischendurch brauche. Man weiß ja nie. Ich habe hier noch einen Cardigan. Wir sind nämlich hier im Nordflügel. Das heißt, wir bekommen ganz wenig beziehungsweise gar keine Sonne. Und dann finde ich es ganz praktisch, hier was zu haben. Und was in dieser Schublade auch sehr oft drin ist, sind lange Hosen. Wenn ich nämlich mal mit kurzen Hosen ins Lab komme oder hier generell ins Institut komme, darf ich ja nicht ins Labor gehen. Und dann habe ich lange Hosen mit dabei extra, falls ich dann doch ins Labor mal gehen muss. Und dann liegen die hier unten auch in der Schublade drin. Wer gut schauen kann, sieht, dass hier noch etwas liegt. Und das ist etwas, was mir meine Kollegen zum Geburtstag geschenkt haben. Und zwar ist das ein Streaming-Kit. Ich fand es eine super witzige Sache. Aber ich finde es gar nicht mal so unpraktisch, weil ich ja hier relativ viel vlogge. Und dann kann ich das hier nutzen, um mein Handy sozusagen einzuhaken. Und ein paar schönere Shots zu bekommen. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht benutzt, weil ich mich bis jetzt noch nicht getraut habe, das auszupacken. Und dann wirklich mein Handy einzuhaken. Es ist nämlich schon ein bisschen unangenehm, sich selbst zu filmen, während andere Leute dabei sind. Aber das werde ich sicher noch überwinden irgendwann. Das war meine Desktour. Ich hoffe, das wartet ihr. Ich weiß nicht, ich fand es super witzig, das zu filmen. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich habe mich ja, wie ihr seht, so ein kleines Zuhause eingerichtet mit ganz vielen Dingen, die man irgendwie benötigen könnte. So tagsüber. Lasst mich gerne mal wissen, was ihr so auf jeden Fall im Institut liegen habt. Falls ihr dort einen Arbeitsplatz habt wie ich. Würde mich sehr interessieren. Dann sehen wir uns wieder nächste Woche. Und bis dann. Bis dann.